Jo, was geht meine Selevalisten? Willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2 und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit John oder Arthur nackt werden könnt. Ist wirklich ein ganz, ganz, ganz einfacher Glitch. Ihr braucht für diesen Glitch nur einen Molotow Cocktail und 25 Cent. Wie funktioniert der ganze Glitch? Und zwar müsst ihr zuallererst euch an diese Location hier begeben, in Van Horn. Seid ihr an dieser Location, dann seht ihr auch schon ein Poster, wo Bath und Rent Room drauf steht. Ihr geht zu diesem Poster hin, untersucht diese und kauft euch ein Bad. Habt ihr euch ein Bad gekauft, begebt ihr euch ganz, ganz langsam, also in Schrittgeschwindigkeit, die Treppe nach oben zu dem Geländer direkt an der Wand des Hauses. Seid ihr dann an dem Geländer, dann geht ihr in die Ego-Perspektive. Seid ihr in der Ego-Perspektive, kommt jetzt ein kleiner Tricky Part. Und zwar, ihr müsst über das Geländer drüber steigen und dann sofort nach links gehen. Das dauert vielleicht ein, zwei Versuche, ist aber nicht schwer. Habt ihr es dann geschafft, dann seid ihr in einem verglitschten Raum. Ihr seht nichts. Jetzt geht ihr einfach nochmal wieder in die normale Ansicht und ihr seht, dass ihr im Badezimmer seid. Jetzt begebt ihr euch in die Nähe des Türes. Am besten schaut ihr auf den Boden und bleibt auf dem Teppich stehen. Seid ihr dann dort, dann holt ihr jetzt einfach nur euer Molotow-Cocktail raus. Und jetzt müsst ihr schnell sein. Ihr werft das Molotow-Cocktail direkt auf die Badewanne und während das Molotow-Cocktail noch fliegt, rennt ihr sofort zu der Türe. Ihr werdet die Animation bekommen, dass ihr jetzt ein Bad nehmt, also die ganz normale Badeanimation. Und ihr seht, das ganze Badezimmer ist unter Flammen oder steht unter Flammen. Jetzt kommt der ganz einfache Part. Ihr müsst jetzt warten, bis ihr sterbt. Und einfach nur sterben geht relativ fix durch die Flammen. Und wenn ihr dann tot seid, wartet einfach, bis ihr gerespawned seid. Und ihr seht schon, ihr seid nackt. Ladies, leider sind die Charaktere in dem Spiel nicht gut bestückt. So wie ich. Auf jeden Fall seid ihr jetzt nackt und ihr könnt nackt das Spiel voll durchspielen. Ich hoffe, euch hat das Video an sich so gefallen. Wenn ja, würde ich mich selbstverständlich über ein Like freuen. Und wenn ihr neu hier seid, dann natürlich auch über ein Abo. Also macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.